Die ÖV-Landschaft in der Ostschweiz hat verschiedene Kapazitätsengpässe, die attraktive Reisezeiten und Fahrpläne verunmöglichen. Darum hat die Ostschweizer Kantone ein Konzept erarbeitet, aus dem sich verschiedene Schlüsselvorhaben ableitet. Ein Projekt ist die S-Bahn St.Gallen 2013, ein anderes wichtiges Projekt ist die Durchmesserlinie der Appenzellerbahnen. Das ist für uns sehr wichtig, weil das auch Grundlage für Wirtschaftswachstum ist und die Unterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Die gute Verkehrsanschliessung ist dabei zentral.